So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Ram, es ist der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO, eine kleine Infofolge zum allerersten Event, was wir jetzt im September dann bekommen. Also eigentlich ist ja am Samstag ist ja der Community Day mit Glumanda, da haben wir gestern ein Video drüber gemacht. Aber das erste richtige dann Event, was länger läuft, findet am Dienstag statt, dreht sich um die Paldea-Region. Dazu möchte ich jetzt hier was machen. Auch wenn ich gleichzeitig immer noch auf die September-Übersicht warte, die kann man sich zwar aus dem Pokémon GO Live.com-Blog rausziehen, jeden einzelnen Fakt. Ich warte aber auf diese Übersichtskrafik, wo wir alles zusammengefasst haben, um das vorzustellen, dass ihr wisst, was es alles im September gibt. Die Raid-Stunden, die Mega-Raids, die Legendären Raids, die Spotlight-Stunden, die Events, andere Sachen, was noch so angekündigt ist. Wenn es jetzt heute noch kommt, dann haue ich es heute noch raus. Ansonsten bereite ich das jetzt hier gerade für 15 Uhr Video vor. Dass wir erstmal das erste Paldea-Event abgearbeitet haben. Das zweite Paldea-Event, was auch noch ansteht, ist ja dann später. Da wird es nochmal ein extra Video dazu geben. Zieht mit den Starter-Pokémon der Paldea-Region ins Abenteuer. Ihr seht hier ein paar Pokémon. Aber die werden jetzt erstmal noch nicht alle hier dabei sein. Die kommen dann teilweise auch beim zweiten Teil des Events mit dazu. Das erste Event beginnt also vom Dienstag, 5. September, 10 Uhr bis Sonntag, den 10. September, 20 Uhr. Ihr habt von Dienstag bis Sonntag dann Zeit. Es wird die Paldea-Starter geben. Felori, Groke, Quacks. Plus natürlich auch deren Entwicklungen, wenn ihr die halt entwickelt. Ihr braucht 25 Bonbons und dann 100 Bonbons, um das einmal durchzuentwickeln. Für Ferculi braucht ihr... Ist das männlich und weiblich? Ah, für Ferculi braucht ihr nur 50 Bonbons, aber ich sehe gerade. Das ist Fragrunz und das ist auch Fragrunz. Wohl halt männlich-weiblich, wie es bei manch anderen Sachen ist, die dann anders aussehen. Ferculi wird auch direkt als Shiny eingeführt. Die Starter noch nicht. Nach dem Event, steht hier unten auch noch in dem Text, werden die Starter weiterhin in 5 Kilometer-Eiern erhältlich sein. Ferculi kann dann aus 2 Kilometer-Eiern schlüpfen. Jetzt kriegt ihr die aber erstmal wild hingestellt. Mein Lieblings-Starter ist Krogel, den habe ich auch in den Games dann genutzt. Welcher Starter euch am besten passt, das könnt ihr mir ja immer in die Kommentare schreiben. Und ich freue mich auf Ferculi Shiny Hand. Dann, weil wir ja beim Go-Fest so gut waren, wird es auch wieder einen Hyper-Bonus geben. Klassisch, nach dem Go-Fest-Hyper-Bonus war eigentlich immer so, dass, sagen wir mal, es war eine Abenteuerwoche. Und durch den Hyper-Bonus wurde die Abenteuerwoche aufgewertet. Und ihr habt in der Abenteuerwoche noch mehr Boni gehabt. Und meistens drehte sich das alles um Icognitos. Jetzt hier auch. Ihr werdet in einer Rates Icognito begegnen können. Die Buchstaben A, D, E, L, P. Okay, was zusammengesetzt irgendwie Paldea dann bedeutet, wer noch keinen Buchstaben hat, sammelt halt euer Alphabet voll. Oder wer die schon hat, aber noch Shiny sucht, macht halt ein paar Rates für das Shiny. Die dürften aber nicht geboostet sein, wird also, denke ich mal, wieder teuer werden, da alle Buchstaben in Shiny zu bekommen. So, Icognito Rates, Stufe 1. Braucht ihr da was? Ich brauche da nichts. Mir fehlt das Ausrufezeichen. Mir fehlt das Fragezeichen. Bin mal gespannt, wann das wiederkommt. Hyperbonus gleichzeitig noch. Eine befristete Forschung haben wir freigeschalten. Während des Events wird es noch eine Forschung geben, wo Ferculi auch vermehrt auftritt. Die läuft das ganze Event über und es kann natürlich Shiny sein. Weiterer Hyperbonus für das Event. Wir haben 4-fach Fang-EP. Wir haben 4-fach Fangsternenstaub. Das gab es noch nie. Mit einem Sternstück müsste das also dann 6-fach sein. Weil es ja die Hälfte von 4 nochmal dazu gibt. Also nochmal 2 mehr. 4 plus 2, 6. Pogestops können auch ohne Gold-Lock-Module zu goldenen Pogestops werden. Das haben wir ja auch schon ab und zu gesehen. Dass manche Pogestops plötzlich golden sind, mehr Items abwerfen und auch Münzen euch geben können. Gearspenst erscheint weiterhin aber nur an Pogestops, wo ein goldenes Modul gesetzt ist. Also selbst wenn ein Stop goldig ist und ihr daraus Münzen holen könnt, könnt ihr kein Gearspenst davon bekommen. Außer es hat jemand ein goldenes Log-Modul an den Stop gesetzt und ihn damit zu vergolden. So, ansonsten schmecken euch bestimmt die 4-fach EP und der 4-fache Staub. Pokémon Showcases. Während des Events finden Showcases mit Ferculi bei ausgewählten Pokestops statt. Und den Satz finde ich besonders toll. Möge das Klopsigste gewinnen. Das Klopsigste Ferge gewinnt. Showcases freue ich mich immer drauf. Passt dazu, das ist neu als Shiny da. Viele Leute werden das jagen. Und ja, hättest du auch mit Stadern machen können. Aber dann hättest du vielleicht 3 verschiedene Showcases. Das wäre zu viel einfach. Deswegen nimm das eine und setz das eine rein. Damit das Schwein auch irgendwie nochmal eine Bedeutung hat. Was es ja eigentlich durch die Einführung des Shinys schon hat. Aber dann halt eben noch mehr. Ich freue mich auf das Klopsigste Ferguli. Event Boni. Während des Events wahrscheinlich schillernde Exemplare dieser Pokémon. Also Hopspross, Hunduster, Barmelin, Datiri sind wohl mit erhöhter Shiny-Rate vorzufinden. Ganz besonders mag ich dabei Hunduster. Hat ja dann auch nochmal eine Mega-Entwicklung. Und es ist Typ Unlicht. Ich habe gerade ein Shiny Pampam. Was ich immer mal als Buddy nehme. Wenn ich einen Unlicht, momentan habe ich Evil-Tile-Rates ein bisschen gemacht. Habe ich immer direkt meinen Pampam angelegten Evil-Tile-Rate gemacht. Damit ich das als Unlicht-Pokémon fangen kann. Weil ihr ja 32 Unlicht-Pokémon glaube ich fangen müsst. Bevor ihr dann das Pampam entwickeln könnt. Kommt also Hunduster ganz gelegen, dass das auch im Event eine Rolle spielt. Dann wird es eine Spezialforschung geben. Reichlich Abenteuer. Da haben wir euch ja schon was dazu erzählt im letzten Video. Jetzt aber hier nochmal. Wählt euer Paldea-Starter-Pokémon. Ich werde definitiv Krokel nehmen. Eine neue verzweigte Forschung ist für alle Trainer verfügbar. Während der Jahreszeit reichlich Abenteuer, könnt ihr mit dem gewählten Starter zusammen Abenteuer erleben und eure Bindungen vertiefen. Die Forschung könnt ihr vom Dienstag, den 5. September bis Freitag, den 1. Dezember kostenlos abholen. Ihr habt also drei Monate Zeit, wo ihr euch einfach nur mal ins Spiel einloggen müsst, um diese Forschung zu kriegen. Beim letzten Mal gab es ja auch eine Forschung, die sich über die ganze Jahreszeit erstreckt hat. Wilde Pokémon, das ist jetzt auch das Wichtigste nochmal. Was rennt denn überhaupt rum? Wir haben also die vier Pokémon, die hier vermehrt, die mit erhöhter Shiny-Rade auftreten. Hopspros und Duster, Barmelin, Datiri. Dann die drei Stada, Felori, Grogel, Quax und Ferkuli als Shiny. Ich freue mich auf die Stada, ich freue mich auf Ferkuli. Beim Rest bin ich, glaube ich, bedient. Raid-Kämpfe. Raid-Kämpfe der Stufe 1, haben wir schon gesagt. Die Icognito-Buchstaben sind da, Paldea. Raids der Stufe 3. Macho Mai, Kamerupt, Metagross, Tordunator. Macho Mai ist stark. Nimmst du eigentlich immer, wenn Kampf gefragt ist. Kamerupt kriegt nochmal eine Mega-Entwicklung. Metagross kriegt nochmal eine Mega-Entwicklung. Tordunator ist der Einzige, der hier aus dem Raid Shiny sein kann. Ist irgendwie auch beliebt. Ich merke immer, die Leute freuen sich, wenn die Totte reinkommt. Was würdet ihr als Dreier-Raids machen? Ich würde, wenn, dann wahrscheinlich Tordunator-Raids machen von den Dreiern, weil ich den als Hunderter auch gerne mal haben möchte und ich weiß, wie der sonst kommt. Dann haben wir aber die Fünfer. Dadurch, dass die September-Übersicht noch nicht da ist, wir ja aber jetzt trotzdem schon wussten, dass Katagami und Kaguron kommen, wird es natürlich auch während des Events Katagami und Kaguron-Raids geben. Vom 1. bis 8. haben wir Katagami und vom 8. bis 16. haben wir dann Kaguron. Die tauschen dann nämlich. Und das ist auch gut. Beim letzten Mal haben die, glaube ich, nicht getauscht. Das heißt, man musste immer gucken, wer kann einen denn mal einladen zu was anderem. Katagami, bester Pflanzenangreifer, Kaguron vielleicht in der GWL nützlich, sagen einige hohe Verteidigung und so weiter. Mir fehlen beide als 100-prozentige Katagami, würde ich gucken, dass ich die XL vielleicht... Nee, mache ich nicht. Gibt es ja eh noch nicht als Shiny. Das heißt, Daily-Rate-Pass einfach für die Ultra-Bestie ausgegeben, denn wir müssen ja sparen. Danke Niantic wegen den Fan-Rates und so, deswegen, wir werden sparen. Wenn die jetzt Shiny gewesen wären, dann hätte ich geguckt, auf dem Weg zum Shiny vielleicht noch einen Hunderter zu holen und gleich noch die XL voll zu machen. So werde ich hier wahrscheinlich gemütlich einfach den Daily-Rate-Pass spielen. Gleichzeitig ist Mega-Voltenso in den Mega-Rates, war auch schon länger nicht mehr da. Ist relativ nützlich, wenn ihr noch keinen Sub habt. Macht halt mal einen, macht mal die Energie voll. Wir werden am Wochenende, denke ich mal, wieder Rates für Zuschauer anbieten. Erstmal halt mit Katagami, wo ihr auch Mega-Voltenso mitmachen könnt. Und dann halt mit Kaguron, wenn Kaguron dann bei uns ist. Bis morgen wird es auch dann eben den Community-Rate zu Katagami geben, wo wir zusammen spielen können. Was die restlichen Raids sind im September, da seht ihr in der September-Übersicht, wenn die irgendwann endlich mal erscheinen, dass wir die euch zeigen können. Ich kann euch aber schon spoilern. Und zwar wird Genesekt mit einem Flammen-Modul, glaube ich, dann auftreten, nachdem die zwei weg sind. Und dann gibt es Raikou, Ente, Suikun. Und gleichzeitig alle drei, worauf ich mich auch freue. Aber dazu dann später mehr, warum ich mich da freue. In den 7-Kilometer-Eiern haben wir jetzt auch nochmal die drei Stade und Verkuli. Bei den Feldforschungen gibt es die drei Stade und Verkuli. Dann gibt es wieder eine Sammler-Herausforderung. Meistert die Sammler-Herausforderung rund um Paldea, um Sternenstaub zu erhalten und weiteren Verkuli zu begegnen. Neue Avatar-Artikel haben wir auch noch dazu. Ein ganzes Paldea-Set, ein Paldea-Rucksack, Paldea-Sandalen. Ist alles grün? Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Also, wir freuen uns erstmal auf die Starter. Wir freuen uns auf eigentlich recht interessante Raids. Gerade die Ultra-Bestie Katagami im Raid ist ja eigentlich nützlich. Und er schätzt das nicht. Macht das. Ansonsten könnt ihr gern Metagross-Machomai-Raids machen. Selbst Kamerub vielleicht, wenn ihr da noch für die Mega-Entwicklung was braucht. Und ja, fangt ein bisschen, wie es dann weitergeht. Und ob die September-Übersicht noch kommt, das sehen wir ja dann später. Bis dahin, Peace out vorhauen. Euer Ramses. Worauf freut ihr euch am meisten? Was sind eure Ziele?